ARD Text im Auftrag von Funk Da kommt die Asche wieder runter! Guck mal da unten! Was ist das? Ach, da ist diese Asche! Da kann er das reden besser! Das fucking Windrad ist im Weg! Warte mal, können wir da vielleicht auch anders runter? Guck mal, hier wäre die perfekte Gelegenheit! Boah, das wird knapp! Wir machen das schon! Ja... Wenn nicht, müssen wir ein bisschen wegschränken! Ich brauche mal nicht mit, sonst kaufen wir so viel! Oh je, der kauft grad echt viel! Noch 2 Metall und wir haben noch 7 Gold! Scheiße! Cool, können wir einen Fass kaufen! Oh, die sind noch Fässer! Da liegen wir! Ja, aber da kann man nicht haben! Ich bin ja scheiß selber! Kacke! Oh ja! Dann... Hier unten ist eine Bombe! Vielleicht kann ich die holen! Als erstes hier ein Stück Holz! Was willst du mit dir machen? Ja! Ähm... Abbauen! Da hinten habe ich noch Eisen! Kannst am besten direkt mitkommen, damit wir das schnell... Alter! Bin doch schon dabei! Nein! Erstmal muss ich den Scheiß hier wieder aufmachen! Da ist Eisen! Ja! Da habe ich die ganze Zeit abgebaut! Hilft der andere am besten mal! Hast du nur noch einen? Naja! Scheiße! Muss echt losstig sein! Muss echt losstig sein! Den machen wir schon! Oh, ich! Alter, kackt dich! Ist gar nicht so leicht mit 2 Leuten zu steuern! Hä! Warum machst du das dann? Weil ich so eine... ...kriege! Boah, das Öl! Das Öl brauchen wir, äh! Können viele Fässer kaufen! Ja, gut! Wer ist weg, äh! Nein, du hast es nicht gesehen! Mit 90... Können wir uns da Metall... Ok, wir haben 2 Metall... ...wenden ist auch theoretisch... Ok, dann müssen wir uns erstmal... Ich glaube, wir brauchen noch ein Metall! Ich habe schon eins! Wir brauchen noch ein Metall... ...ne, doch nicht! Komm schon, das geht, das geht! Ne, oder? Hey, warte! Brauchen wir keinen Strom? Wann ich nicht? Wann ich verarschen? Mach mal geil! Meine Fresse! Warum braucht das keinen Strom, ne? Keine Ahnung! Ich gehe mal ne Bombe suchen! Ja! Bei mir waren noch ganz viele! Ich dachte, das passt vielleicht! Alter, bei mir ist also voll Schnee hier! Aber ich glaube, es wäre doch gut, wenn wir das... ...öl abpumpen würden, weil... ...wenn es Öl regnet... ...wär es vielleicht praktisch, das dann abzupumpen... ...und irgendwann... ...in irgendein Becken reinzuklatschen! Was denn? Ja, wir fahren auch zusammen... ...warte... ...habst du jetzt erst gemerkt! Ha! Dann bringen sie am besten zurück! Muss ich ja! Ich wollte keine Ahnung holen... ...und... 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 ...und mich ist alles voll Schnee hinten! Hm! Hier unten ist ne Bombe! Und dort unten ist noch ein Fass! Hier unten ist ne Bombe! Ich weiß nicht, wie ich mich dran komme! Hier hab ich Gold! Da ist ne Bombe! Perfekt! Ich hab keine! Alter, ist... ...die scheiß Säure, ne? Ohja! Die flachst mich schon ein bisschen! Oh, 2500 Punkte! Ja, ok! Das... ...dingen hat uns schon ein bisschen gebracht! Wie haben wir denn jetzt? Und der... Hä, warum ist der hier alles so komisch? Warte, ich mach das... ...nicht so! Wir müssen nur den kleinen Fitzel da unten wegmachen! Und es ist nix weg! Jetzt ist er weg! Jetzt ist er einfach! Ah! Oh... Und die Bombe... Also! Die Bombeknie! Ja! Ok... Ach so kommen wir jetzt wenigstens von unten nach oben komplett Du musst dich immer heilen. Ja. Nein, ich kann mich nicht heilen, warum das? Weil ich kein Geld habe. Jetzt hast du dich geheilt. Oh, okay. Wie kostet das? Ich nehme immer so einen Nebenklumpen. Jaja, das kostet immer. Okay. Jetzt können wir theoretisch Gold haben. Oh, was? Wenn wir Booten hätten. Ja, da unten ist ja genug. Da unten waren ja welche, ne? Ich spring erst mal die Steine hoch. Früher kann ich das irgendwann, also sehe ich gerade. Ja. Der Verbindung scheint ganz gut zu klappen. Warte mal, du musst noch ein bisschen vorsichtig sein. Warte, da ist einer. Ich habe sie. Warte, bleib unten. Du könnt euch das Gold abbauen. Warte, hol dir das Gold da rechts. Du musst ja nicht mitkommen. Später verletzt du dich noch. Na voll. Am besten fange ich ganz oben an. Na voll. Und jetzt lege ich ein bisschen runter. Leute, die Säure ist weg. Wir kommen ja nicht an. Wir kommen ja nicht an. Ah! Hilfe! So, jetzt können wir Gold abbauen. Was machst du da? Ja. Mach gar nichts. Mach gar nichts. Gehen wir die Fässer rein. Ja. Oh nein. Ich versuche es mit 2 zu steuern. Ich versuche es mit 2 zu steuern. Alter. Was machst du da? Kauf Fässer, damit wir es endlich weg haben. Hänge. Verarschen. Hänge. Nein, nein, jetzt kommen wir nicht mehr da hoch. Ich verarschen. Ich weiß nicht. Oh nein. Jo, ich bin wieder hinten. Na super. Ist ja schon zweimal gestorben. Kann passieren. Kann passieren. Kann passieren. Passe, die Mission ist schon, ey. Ich bin mir nie wieder. Jetzt geht ja wieder schon. War schon wieder hochgekommen. Ich hab ne Bombe. Wie mache ich das denn jetzt am besten, damit wir das da wegkriegen? So werfe ich nicht. Hast du ne Bombe geklauft? Nein, dann fass. Fuck. Mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Scheiße. Diese ist doch einfach zu sterben hier. Ja, ist es auch. Warte, hast du Fässer gekauft? Nö. Ich hab jetzt zwei Fässer gekauft. Jedoch dein Geld nicht. Ja, das muss weggehen, das Öl, das Dingens Zeug da unten. Außerdem können wir die Fässer wieder verkaufen. So, jetzt verkaufen wir die einfach. Und die bringen jetzt sogar mehr Geld, als wir gebracht haben, weil da Dingens drin ist. Säure. Das heißt, wir machen gar keinen Verlust. Warte, ich glaube ich hatte hier unten noch. Ach ne, die Bombe. Ey! Warte mal, du kannst direkt hier oben bleiben. Da gehen diese Regen grad an draußen. Weiß ich nicht. Hol dir mal den Stein da. Geht nicht, ich hab nen Fass dabei. Wow! Nicht runter! Nicht runter! Schmeiß das Fass weg und sammel die Bombe auf. Ne, wir können doch hoch. Ist doch egal. Nein, dann fliegt die Bombe hoch. Kann man das Fass abstellen irgendwie? Ja, zweimal nach unten und werfen. Schnell aber. Nicht graben drücken! Nicht graben drücken! Werfen! Warte! Nur werfen! Hab ich doch gesagt. Willst du mich verraschen? Willst du mich verraschen? Alter! Die Bombe! Ich bin jetzt gleich fast tot. Ja, gehen wir weg da. So. Okay, wir gehen... Alter, hör auf! Du hast Versehen! Hör auf, Versehen! Wir könnten das Gold abbauen. Ja, aber ich bin fast tot. Ich hab keinen Bock zu sterben. Ja. Schon. Ich bin schon so selten. Komm. Das Eisen haben wir ja auch noch, ne? Wir versuchen am besten das komplette Gold zu fordern. Ja. Either mal oder. Ich bin schon mal da. Ich bin schon mal auf.